Der Flieger setzt zur Landung an. Nichts wie zum Flughafen. Wir können hier nicht ewig bleiben. Einen wunderschönen guten Morgen. Diesmal bei einer neuen Aufnahme Left 4 Dead 2 in der Kampagne Flug zur Helle. Ja, auch von mir. Schönen guten Morgen. Ja, kann man ja eigentlich direkt so sagen schon, weil es ist ziemlich früh morgens. Ja, wie sonst auch. Wir haben so ein klart Problemchen. Meine Kinder sind heute leider zu Hause diesmal. Und es ist nicht ganz so leicht, mit denen aufzunehmen. Besonders solche Spiegel hier. Ich hoffe, diesmal platzt jetzt keiner von den Kurzen hier rein. Ja, weiß man das. Ah, guck mal, da kann man ja die Tür kaputt schießen. Die Lunte brennt! Gott, die Lunte brennt ist unglaublich. Ich rief dir erstmal eine Rollbombe dahin. Ja, warte, ist doch hier alles sicher. Kannst du auch von hier oben. Ja, stimmt. Aber jetzt gehe ich mit der... Au, da haben wir direkt was gebrochen. Der zeigt mir schon wieder an. Ich kann mich hinhucken, dann ziehe ich besser. Ja, mach das doch auch mal. Ey, ja, mag ich doch schon. Ich hock mich jetzt wirklich hin und schieße dann. Dann ist der vielleicht doch zufrieden. Ja, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, weil der geschwärzt sich die ganze Zeit, ob ich das noch nie gespielt hätte. Weißt du wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, bestimmt. Oh, okay, dann sollte ich nicht so rüberspringen. Also ich befürchte, wir müssen hier lang, ja. Ja, ich denke auch. Ich wollte erst noch rüberspringen vor dem ganzen Tag. Ja, mach doch. Nee, nee, lass mal. Hier liegt eine zweite Pistole für mich. Ah, nee, ich will keine Pistole. Oh, Charger. Bei dir? Irgendwo habe ich hier heute nur brüllen hören. Ah, der kommt da. Gut, dass der so schnell umfällt. Gott sei Dank, ein Tank hätte uns da ganz schön in die Schasse geritten. Aber so ein Zombie-Horror-Shooter am Morgen, ne? Ja, da kommen Stimmungen auf. Mach mal drauf lassen. Ey, was ist denn mit dir hier nicht richtig, dass der mich direkt haut? Ne, der ist früh morgens, ich bin schon mal angepisst, dass er jetzt schon mal arbeiten muss. Ja, wahrscheinlich. Ist er auch nie gewohnt. Ja, was geht denn hier vor sich? Seid ihr verriert? Ihr sollt da zu Rohrbombe laufen. Die machen morgens auch nicht, dass wir zu sollen. Ich hoffe nicht, ich habe sie aufs Dach geworfen, weil ich wollte, dass sie da hochgehen sollen. Da brauchen wir nix. Haben die jetzt nicht mitgespielt hier? Hoch wollen wir nicht. Klassisches, sagt er. Ja, super. Hier muss er runter. Oh, weißt du, guck mal, hier der Boomer. Oh, die Reste von ihm. Boomer-Arsch. Ja. Ich dachte, er ist so Wildschwein-Liebchen oder so, die Hälfte. Aber nee, der ist Boomer. Nicht alle tatsächlich, oder? Das sieht stark danach aus. Aber mit der Musik ist cool, ne? Ja. Oh, klasse. Ein Schuss noch im Maschinengewäge hat auch nicht schlecht. Wow, super. Ja, kann mal was. Aber da musst du erst mal abpassen, genau ein Schuss. Ja, doch stimmt. Ist nicht so einfach. Ah, hinter dir. Ja, das glaube ich. Ah, ey. Komm, ich habe noch mal hinten. Alle Pistole. Lade nach! Über mir ist der Dach offen. Das ist nicht schön. Aber hier sind ganz viele. Ich glaube, wir müssen... Oh, hier ist hier die Munition. Diese Brandmunition und so was. Oh, ich glaube, die kommen auch gut gebrauchen. Ich stelle die mal eben hier auf. Ja, Brandmuni ist das. Ja, hier vorne sind ganz viele unten. Ich habe noch einen Topf Boomer-Kotze. Granate! Ich finde, ich finde es geil, dass die Maka sind rosa sind, ne? Dass die manchmal witz sind? Die sind rosa, wenn die über der Boomer-Kotze angetitscht worden sind. Ja, ja. Da rennt hier um Boomer rum. Ah, guck mal, da ist ein Charger. Wo denn? Direkt davor, da. Oh! Boah! Der gibt mir erstmal. Der gibt mir erstmal. Ja, ich bin hier. Alter, das ist ein Kini-Richtig. Ach so. Ah, scheiße, ein Hunter auch noch rein. Oh! Scheiße! Boah, guck mal, wie scheiß grün ich bin! Bei mir bist du rot oder so, ne? Gelb-rot mäßig. Vorsichtig vor dem Auto. Das ist nicht cool. Ach, guck mal, da ist der Schutzraum. Und ich bin hier so... War es Schutzraum schon? Ja, ich bin schon drin. Oh, warte, ich komme... Verdammt, Leute, Alter! Ist ja hier schon alles kaputt. Ja, ja. Ja, komm. Und ich habe noch 96 Prozent. Das ist ja mal der Wahnsinn. Wow! Vielleicht bringt das was, morgens zu zocken. Ja, ich glaube auch. Vielleicht ist man dann besser drauf. Ach, guck mal, 94 Kills. Alter! Boah, was ging mit dir ab? Guck mal, da kam ja keiner von uns dran. Keine Ahnung. Oder am meisten den besonders Infekteten. Ja. Habe ich nur einen. Wie armselig. Ja, eigentlich schon, ne? Da war 94, ja. Ja. Hallo.